Bei Judith Packard hatten die Vertriebler nach Unternehmensangaben bereits nach der ersten Hälfte der 14-tägigen Fachmesse die erhofften Verkaufszahlen erreicht und stehen damit beispielhaft für die meisten der über 1.800 Aussteller auf der Drupa. Sogar das Top-Produkt der Amerikaner, ihre Weltpremiere, ist bereits am ersten Tag zum ersten Mal verkauft worden. Dafür, dass wir bereits fertige und im Markt erhältliche Produkte zeigen, nicht nur Konzepte für die Zukunft, wir haben Lösungen zu verkaufen. Dafür war die Messe extrem erfolgreich. Gute Ergebnisse, viele Besucher und die kamen, um wirklich Geschäfte zu machen. Nicht um mal links und mal rechts zu schauen, was so passiert. Es wurden Entscheidungen getroffen. Die Drupa hat ihren Ruf gewahrt, die wichtigste internationale Fachmesse für die Druck- und Medienbranche zu sein. Aus aller Welt kamen die Gäste. Besondere Zuwächse verzeichnete der Veranstalter aus dem asiatischen und lateinamerikanischen Raum. Interessiert waren die größtenteils Top-Entscheider an Innovationen. Es wird eine völlig neue Dimension im Druckbereich geben in Zukunft. Zum Beispiel Functional Printing, wo sie selbst Modorblöcke drucken können. Oder sie haben Biological Printing, end, end, end. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Wir wissen das noch gar nicht. Wir werden bis Ende des Jahres auch dazu eine erweiterte Domenklatur erstellen für die nächste Drupa. Aber ein Schnitt fest, die Drupa wird es geben. Und die Drupa wird auch weiterhin diese erfolgreichste Druckmaschinenmesse der Welt bleiben, vor allem die internationalste. Laut den Statistiken der Veranstalter haben auch die weniger großen Aussteller über ihre Erwartungen Geschäftsabschlüsse getätigt. Druckereien und Verlage wollen sich vor allem für die Zukunft rüsten. Flexibilität und Kosteneffizienz sind da die entscheidenden Schlagworte. Diese Tintenstrahldruckmaschine beispielsweise kann an eine bestehende analoge Offset-Maschine angeschlossen werden und so sehr einfach das Spektrum eines Unternehmens erweitern. Laut Hersteller sind es Lösungen wie diese, die dem Druck auch in Zukunft Erfolg versprechen. Das ist Lösungen wie diese, die dem Druck auch in Zukunft verlassen. Also Good. Ich glaube, es ist Lösungen wie die meilenFree Zettel der Vinny in Zukunft unsererael. Doseiodlos ist ja auch in Zukunft lassen. dass kann auch das Gräufe ausgespection sein? Diese Situation ist gesch fuckin.